32 und Materialien, oh ja. Nur mache ich lieber das. Und theoretisch könnte ich das nächste Runde dann auch. Aber ich zerstere erstmal die ganzen Kill. Ja, die kann ich da lassen. Ey doch, definitiv zerstören. Das lohnt sich nicht. Hier, damit nichts mehr im Weg ist. Okay, das auch noch. Okay, das ist nicht schlecht. Oh, mein Druidenstab. Oh, ja. Ich würde es gerne nehmen, aber am Anfang ist es sinnvoller, die Goldminen einfach so zu nehmen. Auch wenn es wirklich schade ist. Und damit meine ich wirklich, wirklich schade. Okay, wenn ich das noch hier hin. Hier wäre am schlauesten. Würde es mich irgendwie beeinträchtigen, wenn ich das da hin tue? Mit den Verteidigungen der ersten Reihe? Nein, würde es überhaupt nicht. Okay, dann zack. Zack. Ich hatte exakt genug Geld, um alle drei zu bauen. Auf dem Cent genau. Okay, hier. Und hier. Hier, dass er auch zwei angreifen kann. Wir wollen es ja schön haben. Und das war es mit der Produktion erstmal. Lassen wir den Gegner wieder ein bisschen. Oha, da hinten. Da hinten ist jetzt nicht so gut. Es gefällt mir der Händler. Oha, da hinten ist es nicht so gut. Es gefällt mir der Händler. Nein, der hat zu wenig Spielraum. Nein, der hat zu wenig Spielraum. Zwei mal. Zwei mal. Zwei mal. ja doch so ist es in Ordnung zack ein bisschen zusätzliches Ausweichen noch mehr Ausweichen für die Reichweite sind es in Ordnung jetzt super oh Gott oh Gott das sind viele vier Stück oder lieber so wir gehen mal da hoch ja 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 high ja 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 Oh Gott, oh Gott. Überhaupt nicht gut. Geht er denn zu den nächsten? Nein, unbesiegbares Ziel. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Keine Panik, keine Panik. Oh, ich glaube, es ist keine Panik. Ich glaube, es ist eine Zeit für Panik. Okay, das war in Ordnung. Die 5 waren wirklich in Ordnung? Höre! Höre! Komm schon, so oft kann er doch gar nicht daneben schießen Ah, weil er gestunnt ist Okay Ein Helden weniger der Runde, die er angreifen kann Das ist schlecht Das ist sogar wirklich, wirklich, wirklich schlecht Da muss ich jetzt gucken, was ich mache Ah, der hat zu viel Schaden genommen Okay Okay Die anderen? Okay, hat für die beiden auf jeden Fall gereicht Ist doch zumindest ein Anfang G16 Stück Äh, noch bin ich drin Ach, verfehlt Er hat auch alle gleich geschwächt Oh, schon Das ist nur noch der eine, den Schaffende, zack, und geschafft, die zweite Runde geschafft. Oh, von allen Richtungen einer. Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Da muss ich gucken, wie das für mich endet. Willkommen in Ruhe Kalkum, Kommandant. Ich glaub bitte nicht. Muss ich dich daran erinnern, dass jeder Akt der Zerstörung auch ein Akt der Schöpfung ist? Das könnt ihr natürlich nur wenige sehen. Aber ein angesehener Erzmager, wie du, weißt das bereits. Freust du dich nicht, dass die Saat des Aussterbens, die du gesät hast, aufgegangen ist und dir eine göttliche Abstammung beschert hat? Wirst du mir deine verdorbene Essenz verkaufen, Liebes? Heißt das, ich habe die Götter hier erschaffen? Die Dämonen und die Göttin? Das wäre an sich ziemlich cool. Okay, Genauigkeit, Erfahrung, Mana, Gesundheit. Ja doch, das ist, das ist ganz in Ordnung. Für wen nehme ich das jetzt aber mit? Das ist die Frage. Für dich. So wie es aussieht, hast du die größten Mana Probleme. Ausweichen plus Bewegungspunkte. Kritischer Treffer pro verbrauchtes Mana. Nachladen? Naja nicht. Stimmt, ich könnte dir das mit dem Gift geben. Gift ist auch betäuben. Ja, du wirst ein Druide. Mach dich zu einen Druiden. Aktionspunkte. Sowas von ja. Das mit der Isolation ist eh immer gut. Mana ist Schaden. Ja, 10% Schaden, da kann ich echt nicht Nein sagen. Ja, Mana ist Schaden. Mana im Allgemeinen ist sehr, sehr gut. Neuladen, tägliches Mana. Die Gesundheit ist physischer Schaden. Ah, Ausweich und Bewegung. Ja. 10% Schaden. Okay. Die haben es ja richtig mit Schaden heute. Und noch mehr physische Schaden. Es geht bis 200 und ich habe jetzt schon 30 davon. Von den 100 extra die ich haben kann. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, ich würde sagen vom Bauen her. Erstmal gucken. Der Druide ist hier leider nicht mehr. Aber ich könnte ihm das hier geben. Okay, ich könnte den Scharfschützen tauschen gegen einen normalen Pfeil. Mache ich auch. Und noch kannst du beides haben. Ich schließe das eine, das andere schließe den einen ja nicht aus. Klinderung, Klinderung. Ah, jetzt habe ich nicht genug Geld um das eine abzugraden, weil ich es weggegeben habe. Äh, weil ich die Waffe gekauft habe. Ja komm, einmal rerun. Oh, ein guter Truinenstab. 63. Ja, nein. Oder was hat der Magier? 63. Ich brauche also 23. Jaaa. Das ist es jetzt, ne? Oh, obwohl ich habe ja noch... Ja hier, die 32. Perfekt. Halle, Druide. Da sind wir wieder. Ja, einen Druiden pro One brauche ich definitiv. Die Druiden sind einfach absolut die Besten. Okay, hier, hier. Hier, hier. Okay, einer dort. Einer dort. Einer dort. Doppelschuss. Ah, für den Doppelschuss reicht es nicht mehr. Aber vielleicht sagt das Tier der Druide ist. Äh, es ist okay. Damit kann ich mehr als nur leben. Ja. Okay. Dann können wir gleich in die nächste Runde beginnen. Willkommen in der dritten Nacht. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Zur Mauer. Ah. Zack und zu. Ah. Es ist vorbei. Es ist aber noch zu viel. Wie er einfach jetzt schon aufgegeben hat. Okay, aber es kommt. Es ist wahrscheinlich nicht allzu viel da. Ich bin gespannt. Wuh! Die ist weg. Die wissen, was das ist wahr? Ich bin 50- tomaat. Okay, der hat alle von seinen erledigt. Das ist mehr als nur ausgezeichnet. Oh, ich muss dafür sorgen, dass der Nebel möglichst immer hinten ist, sonst kann ich das nicht wegmachen. Frag mich, ich habe jetzt verloren. Weil wenn der jetzt einen beschwört, ich kann ihn ja gar nicht wegmachen. So fies können die nicht sein. Das wäre wirklich zu fies. Ich vergebe, du? Oh?